Mein Gast heute, Hans-Ulrich Pönag. Pönig, die erste Frage an dich bitte. Ganz kurze Antwort, warum kann ich mir das Kinoticket für die Expendables 4 sparen? Weil das ein Scheißfilm ist. So, darüber wird zu reden sein. Jetzt in der Fernsehsatzruhe. Und jetzt geht's los. Von Hintertupfingen bis Winternluhe, jeder hört die Fernsehsatzruhe. Und hier ist euer Gastgeber, Frank Battermann. Es ist Oktober, es ist wieder Zeit für die Fernsehsatzruhe. Wir schalten jetzt sozusagen live nach Berlin zum einzig wahren Filmkritiker. Herzlich willkommen, Hans-Ulrich Pönag, Carlo Pönig. Herzlichen Dank für die nette Begrüßung. Sehr, sehr gerne. Du hast gerade schon gesagt, bevor wir gleich so ein bisschen in deinem Leben ein bisschen rumwühlen, möchte ich mal wissen, warum ist denn Expendables 4 so scheiße? Ich habe es natürlich schon von der einen oder anderen Kritikerseite gehört, aber ich würde es natürlich noch mal gerne aus dem Mund eines Fachmanns wissen. Weil er völlig sinnlos ist. Er handelt nur davon, wie man Leute erschießt, wie man Leute zertrümmert, wie man Leute kaputt macht, wie man Explosionen in den Wege leitet. Und dann ist dieser 71-jährige Sylvester Stallone dabei, der seine allerletzte Rolle spielt. Und was der sagt, wenn er schon den Mund aufmacht, das ist eine Beleidigung für jeden, der da Eintritt bezahlt hat. Das ist ein ekelhafter Film, der nur zeigen will, wie schön es ist, dass man Menschen umbringt, ermordet, Atombomben sucht und weiß ich was, also völlig schwach sind. Und bitte nicht ansehen, weil das ist Beleidigung für das eigene Ego. Dann habe ich immer wieder gehört, dass gerade auch die Effekte ja mittlerweile nur noch aus dem Computer kommen. Das heißt, irgendwelche Hubschrauber, die ins Wasser fallen, in Wirklichkeit gar nicht ins Wasser fallen. Explosionen, die nur noch am Computer gemacht sind, das ist hier in diesem Film ganz besonders erkennbar, habe ich gehört, oder? Davon lebt dieser Film, weil wenn du Leute hast, die um die 70 sind, dann können die dir natürlich nicht mehr viele Bewegungen machen. Also musst du den Computer holen und musst ihnen das zuspielen und dann sagst du, dass der das gemacht hätte, hat er gar nicht gemacht. Er hat zu Hause gesessen, er frühstückt und er wartet, dass man ihn anruft für die weiteren fünf Minuten noch. Geplant war irgendwie mal das Jason Statham, um den es ja wohl irgendwie zum größten Teil auch geht, sollte eigentlich der Hauptfilm vor zwei, drei Jahren schon entstehen. Denn soll er jetzt sozusagen der neue Anführer sein für eine neue Generation? Wahrscheinlich, man versucht das weiter zu verkaufen, weil man sieht, dass andere Filme wie Rocky oder wie heißt der Film hier mit unserem Schauspieler, der den vierten gedreht hat, der so einen Erfolg hat. Bei mir muss der, wenn wir sprechen miteinander, muss der eine Weile warten. Ich bin auch in einem Alter, wo ich nicht alles gleich funktionieren habe im Kopf, aber Keanu Reeves. Keanu Reeves hat ja neulich den vierten gedreht und insoweit will man also eigentlich zukünftig mehr von diesen Hauruck-Filmen machen. Aber wenn du sie mit guten Schauspielern machst, wenn du aufpasst, dass da eine einigermaßen interessante Story bei ist, dann akzeptierst du das. Dann kannst du das begründen, dann kannst du das. Aber wenn du es so primitiv machst wie bei Expendables 4, der ja eine Fortsetzung von 3 ist von 2014, das ist nur noch harscher Blödsinn, Dumpfbacke. Man will die Leute verarschen und man will ihnen sagen, guck mal, wie schön es ist, andere Leute zu zertrümmern, kaputt zu machen, totzuschlagen oder sie zu jagen oder weiß ich was alles. Also das ist eine Verarschung und da würde ich oft die Kritiker schon hören, die sagen ja oder nein und bei dem eindeutig nein. Sehr schön. Ich bin mir sicher, das wird ein sehr offenes Gespräch. Ich merke es schon in diesen ersten Minuten. Gehen wir mal ein bisschen zurück in die Jahrzehnte. Mich würde interessieren, was war denn deine erste Filmbegegnung? Kannst du dich dann noch erinnern, was war der erste Film, der dich so richtig berührt hat? Der Film hieß Der Schrecken des Amazonas. Er lief in einem Westberliner Grenzkino. Ich lebte damals viel in Ostberlin bei meiner Verwandtschaft. Da sind wir da ins Kino gegangen, weil es da nur eine Ostmark kostet. Und dann lief der Film an der Grenze genau und Der Schrecken vom Amazonas war der erste Film, wo ich im Kino geschrien habe, wo man mich beruhigen musste, weil ich so ein kleiner Pimpf war, so empfindlich. Weil da war so ein Ungeheuer und das griff dann ab und zu an oder wurde angegriffen und hin und her. Und ich saß im Sessel und habe es nicht ausgehalten vor Spannung und vor Druck. Und der ist 1954, 53, 54 von Jack Arnold war der gedreht. Und den Film vergesse ich nie, weil der hat mich ins Kino geführt, um zu sagen, hier kann ich entweder schreien und brüllen und toben. Hier darf ich mich so benehmen, wie ich es möchte. War der schon so freigegeben, dass du rein durftest oder hast du dich reingeschmuggelt? Ich habe mich wie immer reingeschmuggelt. Ich bin ja im Kino groß geworden. Meine Mutter war Platzanweiserin in einem Westberliner Kino, im Kantkino. Und weil mein Vater dauernd auf Montage ging, von Siemens weg war, saß ich also alleine zu Hause. Das wollte man mir nicht antun, also nahm man mich mit ins Kino. Wenn der Film ab sechs war, durfte ich ihn im Parkett sehen. Wenn er ab zwölf war, und ich war schon zwölf, auch im Parkett. Oder ich wurde in den Vorführraum gesteckt, hinter mir war der Vorführer. Und der hat immer auf meine Schulter, ruhig, Kleiner, ganz ruhig, Kleiner, ganz ruhig. Und so fing ich an mit dem Kino, weil ich praktisch in den 50er Jahren jeden Film hundertmal gesehen habe. Weil man zu Hause konnte mit mir nichts anfangen. Im Kino konnte man mit mir eigentlich auch nichts anfangen, aber ich war wenigstens geschützt im Kino. Und so ging das mal vor langen, vielen, vielen tausend Jahren los. Jede beschweren sich heute immer mehr, dass wenn man ins Kino geht, man hat keine Ruhe, weil die Leute laut sind. Sie zücken ihr Handy, sie knistern mit Popcorn und Chips, sie unterhalten sich. Erklär mir mal, wie war das Gefühl in den 50er Jahren im Kino? Was war das Besondere damals daran? Dass es eine Platzanweisung gab, dass es ein Umfeld gab, was komfortabel war. Dass natürlich, wenn der Film losging, war Ruhe, absolute Ruhe. Die Platzanweiserin führte einen, bevor der Film losging, auf den Platz, bekam dafür Trinkgeld. Es war ein ganz anderes konventionelles Benehmen. Man hatte diesen Ort eingebunden in sich und hat ihn verkauft oder hat ihn gefühlt als tollen, tollen, tollen Ort, in dem man sich benimmt. Und nicht da mit Popcorn und nicht da mit Quatschen und nicht da, wie es heute üblich ist. Und deshalb bin ich ja Kritiker geworden. Ich habe ja Kinofilme gesehen und dann war dieses Gequatsche und dieses Gebrülle und dieses Unbenehmen war so schlimm, dass ich irgendwann gesagt habe, nein, das muss ich anders machen und dann bin ich Kritiker geworden. Da siehst du die Filme ja vorher, wirst eingeladen. Da sitzen dann zehn, zwölf Leute. Damals waren es jedenfalls so viele und da herrscht Ruhe und Disziplin. Da wird ganz konventionell unterhalten und die Macht und die Taten. Aber heute ist das ja, wenn du heute in eine normale Vorstellung gehst, da habe ich schon jetzt gerade wieder einiges erlebt. Was kann man tun, damit das Verhalten im Kino wieder ein besseres wird? Dass man wieder mehr Respekt vor Filmen bekommt, vor dem Kino an sich? Hast du da einen Tipp? Was kann man tun? Da müsste das allgemeine Benehmen sich ändern. Der Respekt davor, aber der Gegenteil ist der Fall. Die Leute glauben, indem sie eine Eintrittskarte erworben haben, bezahlt haben, dass sie sich jetzt im Kino auch entsprechend äußern können, benehmen können. Und das ist in vielerlei Hinsicht leider nicht sehr angenehm. Deshalb sehe ich ja Filme oft als Link, ich kriege die Filme nach Hause geschickt oder ich gehe in eine Pressevorführung, wo wir dann in einem disziplinierten Rahmen die Filme sehen und besprechen. Bedeutet aber auch, wenn die Kritiker in eine Pressevorführung gehen, dann fließen in der Regel keine Tränen, man ist nicht hoch erfreut oder ganz traurig oder verspannend zitternd oder täusche ich mich da? Da täuscht du dich zum Beispiel. Bei mir sitzt von einem Verleih, kann ich mich erinnern, immer jemand draußen vor der Tür, vor der Kinotür und je mehr du an der vorbeigehst und wieder zurückgehst, das heißt, je mehr du auf Toilette gehst, während der Film läuft, wissen die, der Film ist scheiße. Wenn die aber mich nicht sehen, wenn ich also so lange den Toilettengang sparte, weil ich gesagt habe, ich darf hier keine Sekunde versäumen, dann wissen sie, dass ich den Film mag. Das ist inzwischen, über Jahre und Jahrzehnte ist das, das ist tatsächlich so. Die warten draußen und zählen dann mit, wie oft der auf Toilette war. Ach du liebe, geht um Gottes Willen. Oder? Der Film hat sich, dann fanden sie den Film gut. Ich sage erstens ja und zweitens ja. Okay. Gibt es Filme auch, bei denen du kategorisch wirklich rausgegangen bist und auch draußen geblieben bist? Oder hast du so viel Respekt vor dem jeweiligen Werk? Du sagst, das mache ich dann doch nicht. Frank, ganz, ganz selten gehe ich raus. Also eigentlich fast überhaupt nicht. Ich kann mich an zwei Filme erinnern vor tausend Jahren. Da habe ich es nicht mehr ausgehalten. Ich weiß nicht mal mehr den Titel. Es ist ja so, wenn du einen Film siehst und du hast ihn jetzt im Kopf, dann geht er nach links, wenn er scheiße ist. Geht er nach rechts, dann behältst du den. Also hier habe ich die Filme, die alle weg sind, die kenne ich nicht mehr. Und hier habe ich die Filme, die ich mag. Das ist überspitzt gesagt, aber ein bisschen davon ist wahr, ein bisschen davon ist dran. Das heißt, ich finde das unanständig, während eines Films rauszugehen und dann über den Film zu schreiben. Das finde ich nicht fair. Und das wirst du bei mir auch ganz, ganz, ganz selten erleben. Das mache ich eigentlich nicht. Das macht man nicht. Dann soll man sagen, wie ich neulich geschrieben habe über einen Film hier mit Senta Berger und dem Mann des Hauptdarsteller, das habe ich schon wieder vergessen, der nicht gut war. Da bin ich rausgegangen. Dann habe ich aber in meinem Blog, der ja jeden Freitagnacht rauskommt, den du ja auch immer so gerne liest. Genau. Entschuldigung, das war ein bisschen Spott, aber es darf auch sein. Ich gehe normalerweise, dann schreibe ich, ich habe diesen Film abgebrochen, weil es ging einfach nicht. Aber das passiert mir jetzt im Alter öfters als früher. Früher habe ich den alle abgesessen, abgesessen, abgesessen. Ja, ganz kurz, übrigens für alle, die gerade sagen, auf welchem Blog spricht er denn? www.pönag.de. Dort findet man alles und jede Woche immer wieder die Dinge, die du zum Besten gibst. Wir haben gerade schon erfahren, als Heranwachsen, als Jugendlicher, du warst oft im Kino, viel im Kino. Konnten sich Schulfreunde denn eigentlich so ein bisschen, ja, sagen wir mal, hat man versucht, mit ins Kino zu kommen? Hast du Filmempfehlungen schon in der Schulzeit gegeben? Wie muss ich mir das vorstellen? Warst du damals schon Feuer und Flamme? Ich war damals schon Feuer und Flamme für zwei Dinge. Das eine war Kino, das andere war Fußball. Und dann musste ich zwischendurch noch zur Schule gehen, musste da was lernen oder musste meinen Beruf ausüben, war Lehrling oder musste dann bei der Arbeit mich bewirtschaften. Jedenfalls, mir wurde immer gesagt, du bist wie ein Wandersbursche. Du gehst tagsüber in das Büro, wo ich gearbeitet habe, dann gehst du nach Hause, holst Stullen und kommst wieder hin. Die meinten, den nächsten Morgen kommst du hin und machst weiter. Ich habe 23 Jahre als Beamter gearbeitet und parallel als Journalist, bis ich dann irgendwann gesagt habe, das kann ich nicht mehr, das kriege ich kräftemäßig nicht mehr hin und habe dann meinen Job aufgegeben und bin Journalist gewesen. Aber da war ich schon so drin in der Branche, da konnte nicht mehr viel Negatives passieren. Man hat über die Jahrzehnte weg immer sehr über den deutschen Film hergezogen. Man hat gesagt, naja, wenn mal ein Film relativ gut war, dann hieß es, naja, für einen deutschen Film ist es gar nicht mal so schlecht. Man kennt diese Sprüche. Wird der deutsche Film unterschätzt? Wurde er schon immer unterschätzt? Oder ist er qualitativ einfach was ganz anderes als Produktionen aus dem Rest der Welt? Ja, also leider muss man sagen, dass der deutsche Film sich über viele Jahre, Jahrzehnte blamiert hat. Es gibt Ausnahmen, immer wieder Ausnahmen. Katharina Blum, kann ich mich erinnern, fällt mir gerade ein, die Geschichte nach dem Heinrich-Böll-Roman. Es gibt deutsche Filme, auch heute, die exzellent sind. Aber wie oft versucht man uns weiszumachen, dass dieser Film, weil er ein deutscher Film ist, hervorragend ist. Und wenn du ihn siehst, sagst du, was ist euch da eingefallen? Da habt ihr ein Fernsehspiel gehabt und da habt ihr irgendwas inszeniert und verkauft uns das jetzt. Und wir sollen das jetzt für überragend empfinden. Das ist nicht so. Also der deutsche Film hat schwer zu tun, weil der andere Film, Anführungsstrichen, der resteuropäische, der amerikanische Film, vor allem der amerikanische Film, weil die viel professioneller sind und viel offener sind im Umgang mit Unterhaltung. Wir, habe ich den Eindruck, sind immer so verklemmt, wenn wir sagen müssen, das ist ein Unterhaltungsfilm. Ach du liebe dich, das ist kein Problemfilm. Nein, es ist ein Unterhaltungsfilm, der sogar ganz gut unterhält. Gut, hier, wie heißt der Film, der den Direktor spielte? Chris O'Neill-Habst? Nein, nein, der Film, der so ein Riesenerfolg war und dann kam Teil 2 und dann kam Teil 3. Pacquio Goethe, oder? Bitte? Pacquio Goethe? Pacquio Goethe, ja und so weiter. War ein toller Film, Unterhaltungsfilm, aber man genierte sich zu sagen, ist ein Unterhaltungsfilm, das verstehe ich nicht. Ich sage der Film, wenn ich ins Kino gehe, ich sehe den Film und dann bewerte ich es. Und ich fange nicht schon vorher an zu sagen, ach, das ist ja ein Deutscher, ach, das ist ja ein Chinesischer, ach, das ist ja sowieso, dann kannst du gleich aufhören. Geh rein, wenn es geht, frei. Ich möchte am liebsten vorher nichts lesen, nichts hören, nichts wissen. Und das ist die allerbeste Voraussetzung, unter diesen Bedingungen einen Film zu sehen, um dann hinterher zu sagen, ja oder ja, nein oder nein. Geht dir das unter anderem aber mit Til-Schweiger-Filmen auch so, dass du ohne Vorurteile an einen Til-Schweiger-Film rangehen kannst oder letztendlich weißt, das ist schablonenhaft, da guckst du ein und die nächsten zehn sind genauso. Ja, du hast genauso, besser kann ich es nicht formulieren, das ist so, ernsthaft, das ist so. Das ist mit Til-Schweiger-Filmen, habe ich mich immer schwer getan und zumal der ja eine Liste hat, auf denen Namen stehen von Leuten, von Presseleuten, die in seine Filme nicht rein dürfen. Und da stehe ich an erster Stelle. Ist das so, okay. Also ich weiß, dass ich weit oben stehe und da heißt es immer, bitte nicht einladen. Ja, okay. Und dann gehe ich halt in die Normalvorführung und dann... Aber dann verwundert mich das doch, dann haben wir wie im letzten Jahr Manta Manta, zweiter Teil, der dann auf einmal trotzdem erfolgreich ist, wo die Leute rein sind. Warum ist das so? Oh, wenn ich dir das ehrlich antworten soll, kriegst du ihn. Nein, es gibt Leute, die meinen, von einem bestimmten Schauspieler, von einem bestimmten Autoren, von einem bestimmten Regisseur, wollen wir diesen Film sehen, egal was er gemacht hat. Und bei Manta Manta 2 hat er das Pech gehabt, dass er sich offensichtlich beim Drehen nicht so gut benommen hat und dann riesen Ärger gekriegt hat. Aber da bin ich jetzt nicht etwa, der schreibt, ah, habe ich doch gewusst. Nein, das kommentiere ich nicht und mache nicht. Ich lese es natürlich in den Zeitungen, natürlich. Aber ich würde jetzt nicht hämisch anfangen. Ich habe recht, ja, um Gottes Willen. Nein, ich überschreibe über Til-Schweiger-Filme fast überhaupt nicht, weil ich ihn ja nicht sehen darf vorher. Und wenn er dann im Kino läuft, habe ich eigentlich auch keine Lust. Okay. Dann frage ich mich aber wiederum, Til-Schweiger, der ja dementsprechend erfolgreich ist, warum springt die Filmförderung auf Til-Schweiger-Züge auf und fördert diese Filme? Haben die Filme das nötig? Ja, und Til-Schweiger hat es nötig. Der braucht ja auch Geld. Der hat ja viel in seinem Leben ausgegeben. Der muss also viel wieder einnehmen. Und die Filme von ihm sind im Kino akzeptabel, also publikumsmäßig, besuchermäßig. Da hast du fast eine Garantie, mit Ausnahmen natürlich, mit Ausnahmen, aber fast eine Garantie, dass sie gut laufen und Geld verdienen ist ja nichts Schlechtes und dann wird eben Geld verdient. Egal, ob Leute ihn mögen, also Kritiker vor allem, ob die ihn mögen oder nicht mögen. Zwischen Kritiker und Til-Schweiger herrscht so ein Nicht-Einvernehmen. Ja, wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen in die Zeit, als du deine ersten Kinobesuche hattest, waren da auch deutsche Filme auf der Tagesordnung, die du gerne geschaut hast? Konntest du mit Heinz Rühmann, mit Heinz Erhardt, mit Peter Alexander, mit diesen Filmen, konntest du damit was anfangen? Ja, sicher. Wir sind ja damit groß geworden. Wir sind mit dem Humor groß geworden und Heinz Erhardt, dessen Humor ja erst sehr viel später richtig erkannt wurde. Die Filme habe ich gemocht, gemocht, gemocht. Und ich habe in den 50er Jahren ja praktisch alles gesehen, was aus Deutschland kam. Da kamen entweder Heimatfilme, das war so grottisch schlecht, dass sie schon wieder interessant waren. Oder es kamen dann Filme von Nachwuchsschauspielern oder Nachwuchsregisseuren, wie Rainer Werner Fassbinder oder Til Schweiger. Nein, der war noch nicht da damals. Also es ist möglich, deutsche Filme zu mögen. Und in den 50ern hast du ja überwiegend deutsche Filme im Kino. Da gab es kein Fernsehen in dem, was nicht in der Qualität wie heute, in der Größenordnung, sondern da war das Kino eine Alternative. Und da hast du dir dann das alles angesprochen. So habe ich den ganzen Mist der 50er Jahre auch gesehen. Was da an Heimatfilmen, an Heulfilmen und so lief, das war teilweise schlimm und teilweise interessant. War es aber trotzdem wichtig? Man sagt ja heute so ein bisschen gegen das Vergessen nach dem Zweiten Weltkrieg anzukämpfen. Man wollte schöne Bilder, schöne Geschichten haben. War das wichtig, dass diese Filme produziert wurden? Naja, es war wichtig für die, die diese Filme herstellen, die sie produziert haben, weil sie damit Geld verdient haben. Und das war ja für viele wichtig, nach dieser Kriegszeit ein gutes Gefühl zu haben, gutes Gefühl zu empfinden. Und diese Filme bedienten das. Teilweise grottig, also wenn du Heimatfilme siehst und teilweise ganz lustig. Peter Alexander habe ich gemocht, wenn der da rumhüpfte und machte und tat und da als Mädel rumhüpfte oder Charlies Tante und weiß ich was alles. Die habe ich gemocht. Jeder einzelne Film wurde einzeln bewertet, aber wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass wir in den 50er Jahren Aufarbeitung, wie du schon sagtest, hatten von den schlimmen Dingen, die davor passierten, die ich ja nicht miterlebt habe, Gott sei Dank. Was ich übrigens die letzten Jahre festgestellt habe und mich ein bisschen mehr in dieses Thema eingearbeitet habe, ist, dass gerade in der zweiten Hälfte der 50er Jahre aber auch sehr viele gute deutsche Dramen produziert wurden, die ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, weil man immer vieles mit Heimatfilmen und Lustspielen und so weiter in Verbindung setzt. Aber ob das Hardy Krüger war und andere Schauspieler, die sehr exzellent gute Dramen gespielt haben, die heute so in Vergessenheit geraten sind, wo ich mich auch frage, wo ist denn bitte da der Bildungsauftrag der Öffentlich-Rechtlichen, wo es vor 20, 30 Jahren am Sonntagnachmittag im ZDF noch immer den alten deutschen Film gab, bis in die 90er Jahre, am Freitagabend um 20.15 Uhr in der ARD. Sonntagvormittag, Sonntagvormittag um 11 Uhr im ZDF gab es eine Martinet mit einer Dauerserie, wo man Filme, genau wie du beschrieben hast, wo man sich diese Filme besorgt hat, wo man sie neu aufgelegt hat, wo man die gefüllt hat, wo sie geschnitten waren, wurde das geschnittener reingepackt und dann wurden diese Filme als neue, interessante Ansichtsweisen verkauft. Und das war gut, da haben wir Filme gesehen, Sonntagvormittag, weiß ich noch, aus den 30er Jahren, aus den 40er Jahren, Emil Jennings und wie die alle hießen, da haben wir gelernt, die Filme zu entdecken. Weil im Kino bot man uns wirklich nur an Heimat 1, Heimat 2, Heimat 3, Heimat 15, Heimat 20, aber das Fernsehen begann dann, ZDF vor allen Dingen, in Matinee, in Serien das aufzuarbeiten. Und das war interessant, weil die Neugier war natürlich nicht nur auf Heimatfilme da, die Neugier war auf alles, was produziert wurde. Und da waren ja auch sehr, sehr gescheite Menschen. Du nennst es Hardy Krüger, der dann international weltberühmt wurde, ein Star wurde. Und vor allem hat man Geld investiert in Produktionen, um sie teilweise neu zu restaurieren, gerade in den 80er Jahren noch. Ich muss kurz erklären, seit etwa 10, 15 Jahren kaufe ich aus Nachlässen alte Betamax-Bände auf von Menschen, die in den 70er, 80er Jahren Fernsehprogramme aufgenommen haben und digitalisiere das. Und gerade im letzten Monat habe ich aus 85, glaube ich, in der ZDF-Martinee, wo du sagst, wie hieß das, einen alten Stummfilm von 1929, den das ZDF 85 restauriert hat mit dem neuen Tonunterleg, hat man Geld investiert aus Gebührengeldern. Könnte man sich heute nicht vorstellen, dass am Sonntagvormittag ein Stummfilm aus 1929 im ZDF läuft. Ist das am Ende aber nicht auch etwas, wo man sagt, auch das kann man doch aus unseren Gebührengeldern verlangen? Richtig. Der Kulturauftrag bedeutet ja nicht nur, uns dauernd irgendwelche Heiterkeitsmomente zu erfüllen oder irgendwelche Quizmomente. Oder Edgar Wallace war ja sehr erfolgreich, die Krimis. Sondern du hast völlig recht. Und da hat das ZDF wirklich auch einen Bildungsauftrag erfüllt, in dem sie immer und immer wieder, Ich hatte mit dem Labensky, mit dem Redakteur, sehr viel Kontakt und habe auch teilweise für den gearbeitet, weil das machte Spaß, wie die Filme entdeckt haben, wie diese Filme angegangen wurden, wie sie aufbereitet wurden, vom Staub befreit wurden und dann uns am Sonntagvormittag präsentiert wurden. Das geht aber heute nicht, weil das Freizeitverhalten ist völlig anders geworden. Du hast heute 100.000 Programme, du hast Privat. Das war damals eine freie Zeit, wo aber der erste Programm, zweite Programm, die dritten Programme und im zweiten Programm übernahm man die Idee, Kulturauftrag, aber nicht im Belehrungssinne, dass man da irgendwelche Belehrtheit oder so, sondern in dem Sinne, dass man sagte, wir ergänzen, um das, was du alles gesehen hast, damals ergänzen wir jetzt. Und das hat Spaß gemacht, da hast du völlig recht. Das stimmt, das stimmt. Und man darf eines nicht vergessen, demografischer Wandel. Es gibt immer mehr Menschen, die älter sind, die sich natürlich auch nach diesen alten Produktionen sehnen, die sie überhaupt nicht mehr bekommen. Ich kenne das aus dem Umfeld, wenn ältere Menschen sagen, mein Gott, wie gerne hätte ich mal wieder eine Frankenfeld-Show gesehen oder ich hätte mal gerne wieder eine Peter-Alexander-Show gesehen aus den 60er, 70er Jahren. All das verrottet in den Archiven und wird uns nicht zugänglich geholfen. Und wenn es zur Not in den Mediatheken ist oder es gibt so viele Spatenprogramme der Öffentlich-Rechtlichen, warum nimmt man nicht einen Sender und macht daraus einen Retro-Kanal, wo rund um die Uhr einfach alte Produktionen aus dem Archiv laufen. Ich muss aber sagen, weil du sagst gerade Spatenkanal, ich sehe ja viel Arte. Nicht, weil ich meine, ich muss Arte sehen, sondern ich weiß, was die anschätzen und uns rausholen aus den Archiven oder aus Frankreich, aus Großbritannien. Filme, die wir überhaupt nicht kennen, die heute restauriert werden oder die heute uns vorgeführt werden. Das gibt es. Aber in dieser Größenordnung, wie du es sagst, nicht. Aber es gibt, ich habe gerade als Arte-Fan immer wieder das große Vergnügen, mir Filme anzusehen, die ich nicht kenne oder schon lange nicht gesehen habe. Und das ist ein Erlebnis, das macht Spaß, das ist ungeheuer wichtig. Aber das Programm ist bei Arte auch mit einem Fehler bestückt. Die machen den Sonntagabend, wo parallel meine Lieblings-Tatorte laufen, auch wenn sie negativ sind, wo das sich beißt. Also der Sonntagabend ist so gefüllt, dass ich ab 18 Uhr Tiere suche, ein Zuhause, WDR, meine Lieblingssendung, weil ich Tiere mag, bis 23 Uhr ununterbrochen Fernsehen sehe. Weil da kommen diese Dinge, die du genannt hast, die kommen da zum Vorschein. Warum sie an einem Sonntag ausgerechnet kommen, weiß ich nicht. Okay. Hast du bei Tiere suche, ein Zuhause, der immer das Problem, dass du am liebsten alle Hunden und Katzen mitnehmen möchtest, die dort vorgestellt werden? Frank, es gibt Episoden. Ich habe zwei Katzen gehabt, die sind dann irgendwann nach zwölf Jahren eingeschläfert worden, habe aber meine Wohnung nicht verändert mit Kratzbaum und mit den Dingen. Und dann sehe ich, bei Tiere suchen ein Zuhause, an einem Sonntag Nachmittag, 18 Uhr, sehe ich zwei Maine Coons, das sind Katzen, die im Notfall sind, weil die Besitzerin ist so krank geworden. Und die ganze Zeit läuft mir im Kopf, weil meine Wohnung ist auf Katze her ausgerichtet. Dann habe ich am nächsten Tag angerufen und dann hat man mir diese zwei Katzen aus Köln zugeführt. Also zwei Freunde sind hingefahren, haben wir die gebracht und Mario kennt sie ja auch. Wir haben da faktisch Not am Mann, Not an Katze gemacht und jetzt habe ich noch eine Katze, er ist verstorben, noch eine Katze, die ist 15 Jahre und munter. Ich bin tierverrückter. Wenn du einen Film hast, Frank, das ist nicht nur Scherz, wenn du einen Film hast und da läuft eine Katze zufällig durch die Szene oder ein Hund durch die Szene oder vielleicht auch sogar länger, dann ist dieser Film schon ein größerer Gewinn. Dann sag mir doch mal, was ist dein Lieblings-Katzen-Film? Ach hei, ja da hast du mich erwischt. Was ist mein Lieblings-Katzen-Film? Ja, jetzt komme ich nicht auf den Titel, der läuft bei uns in Berlin ab und zu in einer Matinee am Sonntagvormittag. Also alle halbe Jahre taucht er da mal auf. Es gibt ein Kino, was Sonntagvormittag alte Filme zeigt im Kino. Da gibt es einen Film, da spielte ein, Löwen-Kinder spielten da mit, die waren für mich wie Katzen ähnlich und den liebe ich so abkürtig, ich komme jetzt nicht, tut mal her, komme ich auf den Titel. Dann würde mich natürlich auch interessieren, wenn wir uns ein bisschen voranarbeiten, wir sind Ende der 60er, in den 70er Jahren, was ist für dich Rainer Brandt rückblickend? Rainer Brandt ist ein interessanter Schänder. Er ist auf der einen Seite Schauspieler, da kannst du ihn, das ist Bedienung, das ist Geld verdienen, dann ist er Synchron-Chef, da hat er viele Filme, die hat er von Produzenten bekommen und die haben gesagt, mach mir daraus einen Unterhaltungsfilm. Da kommt aus Frankreich irgendein Film, der möglicherweise oder wahrscheinlich sowas sehr ernst ist und da wird ihm gesagt, ich spreche den so, lass den so sprechen, dass der lustig ist, dass der erfolgreich ist und er hat damit Erfolg. Louis de Finesse Filme sind nie in der vollkommenen Sprache des Originals rübergekommen, sondern Rainer Brandt wurde dann gesagt, hier mach mal aus dem das oder mach mal aus dem was. Oder das Allerschlimmste, was ich von Rainer Brandt kenne, ist Sergio Leone, den ich schätze, den ich liebe, den ich abgöttisch verehre. Der hat ja nur sechs Filme gedreht. Der hat einen Film gedreht, der dauerte so ungefähr knapp dreieinhalb Stunden. Es war einmal in Amerika und dann kriegt Rainer Brandt, der hatte einen Verleih, der nannte sich Jugendfilm, er kriegte die Rechte und das Erste, was er machte, er ging zum Produzenten und sagte, ich mach hier draus jetzt mal was anderes. Und dann wurde aus einem Film, der wurde zerstückelt und da wurde aus einem Kultobjekt, wo jeder später gesagt hat, wie kann man an diesem Film rumstabbeln, wurde ein Verlustfilm gemacht. Rainer Brandt ist sprachlich interessant, aber handwerklich ist er ein Könner, aber leider hat er sich oft vertan vergriffen, gemein vergriffen an hervorragenden Filmen. Wären Bud Spencer und Terrence Hill heute noch so kult ohne die Schnatter-Synchro von Brandt? Nein, du hast völlig recht. Dadurch, dass die synchronisiert haben, dass die den Umschnitt nach Arnold Marquis, war plötzlich Bud Spencer als Synchronsprecher und Terrence Hill und Mario Girotti hieß er ja im Original. Nein, du hast völlig recht. In dem Moment, wo in Deutschland Produzenten den Film bekommen haben, die nur an das Geld gedacht haben, da wurde das Kulturstück Film missbraucht. Und da hat Rainer Brandt sehr viel Missbrauch betrieben. Was mich noch interessieren würde, weil ich da überhaupt nicht einschätzen kann, wie du dazu stehst. Wir haben gerade schon über die deutschen Produktionen der 50er, 60er gesprochen. In den 70ern ging es ja los mit der unsäglichen Softsexwelle, Schulmedienreport, die ganzen Reports und was es alles gab. Aber sie waren erfolgreich wie nie zuvor. Alleine die Schulmedienreport-Reihe hat es auf 13 Teile gebracht. Zig Millionen Menschen sind ins Kino gerannt. Und ein gewisser Produzent, Hartwig hieß er, glaube ich. Wolf C. Hartwig. Genau. Hat die Idee damit seines Lebens gehabt und damit andere Produktionen ja finanziert, die sozusagen auf seiner Wunschliste standen. Heute sieht man das alles rückblickend sehr, wieder sehr, ja, ich weiß nicht, ob man schmuddelig sagen soll, auf jeden Fall wirkt das alles so ein bisschen mit einem unwohlen Gefühl. Wie siehst du diese Epoche des deutschen Kinos? Das hat mit der deutschen Gesellschaft zu tun. Wir waren eine Gesellschaft, die verklemmt war, die Angst hatte oder Berührungsängste hatte, die vor Sexualität Angst hatte. Und der hat zufällig einen Film gedreht, True Mitchell Report 1, Wolf C. Hartwig, wo dann der Film rauskam, in den Bahnhofskinos fiel. Und dann stellte sich raus, dass so ein Bedarf nach diesem Thema, nach dieser Darstellung ist. Das war immer so ein bisschen schummelig, ein bisschen so, also zum Lachen im Grunde genommen. Aber nein, das haben so viele gesehen, dass man damals in Deutschland erst merkte, wie verklemmt bin ich in dieser Gesellschaft? Was kann ich nicht tun, obwohl es völlig normale Sexualität, über Sexualität durfte nicht gesprochen werden, über Sexualität durfte nicht gezeigt werden und weiß ich was alles. Dabei wurden diese Filme auf Bauernhöfe teilweise gedreht und wurden in den Kuhställen gedreht und da wurden zwei nackte Menschen gezeigt und das wurde angedeutet, die haben jetzt irgendwas und das fanden so viele interessant. Das will ich sehen, das will ich sehen, das will ich sehen. Ich werde nie vergessen, ich bin am Wittenbergplatz hier in Berlin, in einem Kinometropol und da läuft Schulmädchenreport acht oder neun, sagen wir mal so. Und da bin ich während meiner Dienstzeit abgehauen, bin da hingefahren, um mir einen Film oder den Film anzusehen und da lief auf der anderen Seite, parallel hier die Seite, die Seite, auf der anderen Seite liefen Freunde von mir, die auch als Beamte beschäftigt waren, die auch aber das Bedürfnis hatten, sich am Vormittag einen Sexfilm anzusehen. Also wir waren offensichtlich dermaßen geil, aber zu dämlich, mal ehrlicher zu sein, damit umzugehen und so haben diese Filme Unsummen eingespielt. Das ist so, aber im Grunde war es zum Schämen, nicht? Natürlich. Ja, vor allem, wenn man bedenkt, dass in den 90er Jahren die Privatsender damit dann nochmal Kohle gemacht haben, in denen jeden Freitag und Samstagabend das in Dauerrotation nochmal lief, wo denn ein Peter Steiner sich noch 20 Jahre später geschämt hat, jetzt werde ich diese Filmchen nie mehr los, jetzt wird es auch noch auf Sat.1 und RTL gezeigt. Aber ja, kann man das als Jugendsünde dann abtun? Das ist zu leicht als Jugendsünde. Das war schon ein heftiger Diskurs, dass man den Leuten sagte und zeigte, guckt mal, ihr seid zu blöde, selbst euch das anzusehen, warum, weil, was macht ihr zu Hause, was ist mit eurem Privatleben eigentlich los? Also das hat auch Diskussionen natürlich noch, noch und nöcher bei Kulturbeauftragten, bei Politikern, bei Leuten. Über diese Filme wurde gesprochen und das ist unfassbar, aber da siehst du, wie das alles verklemmt war und verhuscht war und aus dem Mülleimer auf die Leinwand kam. Ja, und da haben wir gleich einen fließenden Übergang, weil wir ganz kurz über die FSK sprechen wollen, denn es gibt immer noch Teile, zum Beispiel von diesem Schulmedienoport, die immer noch auf dem Index stehen. Übrigens jetzt mittlerweile wieder, seit 2018 wurde ja da nochmal der Paragraf verändert, in Richtung Jugendpornografie etc., weil da thematisch ja durchaus initiiert wurde. Man hat hier Geschlechtsverkehr mit Minderjährigen und so weiter, das heißt immer noch Teile auf dem Index, immer noch Firmen jetzt, die den runterkriegen wollten, dann gab es eine Neuprüfung, das heißt dann wurde er noch in einer anderen Kategorie eingestuft als vorher und so weiter. Oder findest du das richtig, dort auch nach 30, 40, 50 Jahren zu sagen, das ist richtig? Oder sagst du am Ende, Leute, irgendwann, das Ding ist 50 Jahre alt, jetzt ist auch mal gut, da ist nichts Echtes passiert. Ja, thematisch wird das angedeutet, aber da sind Leute wie Heiner Lauterbach und so weiter, die da ihre ersten Filmerfahrungen gemacht haben. Da muss man jetzt auch mal ein bisschen päpstlicher sein als der Papst nicht hier? Oder wie siehst du das mit der FSK? Also FSK ist immer zwiespältig. Wie oft muss die FSK heute, ich meine jetzt die letzten Jahre, sich die Filme ansehen und muss feststellen, das ist eine ganz andere Bewertung, das ist eine falsche Bewertung, das ist eine verklemmte Bewertung, das ist eine Bevorzugung von Mist. Ich stimme deiner Meinung zu, dass ich sage, die müssen eine neue Bewertung kriegen, aber du hast das auch schon viel. Du hast viel, dass du, wenn du heute siehst, dieser Film war damals ab 18 oder dieser Film war gar nicht freigegeben, dann siehst du plötzlich heute, der ist freigegeben, der ist nicht mal mehr ab 18, der ist ab 16 und da ist so viel Schindblüder betrieben worden, dass du dich um jeden Einzelnen eigentlich kümmern musst, wenn du ihn öffentlich zeigst und sagen musst, weg mit der Bewertung, weg mit der schlechten Bewertung, weg, das soll jeder Mensch, das kann inzwischen auch jeder Mensch selber entscheiden, ob er das sehen will oder nicht und dann ist gut, aber da gibt es so viele auch Schindblüder, da gibt es französische Filme, die ich geliebt habe und wo ich dann hinterher feststellte, weil sie ein Kriegsfilm waren oder weil sie ein mit Sexualität besetzter Film waren, der immer noch, immer noch ihre, ihre ab 16 Bewertungen oder ihre Bewertungen Vorsicht und ich komme mit der FSK überhaupt nicht klar und wie oft stelle ich fest, dass sie dann nach 20 Jahren endlich sagen, nein, jetzt ist dieser Film freigegeben, wo man sagt, seid ihr denn irre geworden, jetzt ist dieser Film freigegeben, der hätte schon vor 30 Jahren freigegeben werden können, da ist nichts passiert, aber das zeigt auch, wenn du das jetzt, die Gesellschaft in Deutschland siehst, wie sich das Gesellschaftsverhalten verändert hat, zum positiven Sinne teilweise auch, dass man diese Verklemmung weggenommen hat und gesagt, diese Filme werden gezeigt, diese Filme werden gezeigt, diese Filme werden gezeigt und da sind teilweise Filme bei, wo ich sage, Mensch, den kenne ich so überhaupt nicht, den sehe ich jetzt zum ersten Mal so in dieser kompletten Fassung, aber es ist ein Thema, da könnten wir mit Vorbereitung stundenlang sprechen. Ja, und ich glaube auch, gerade in Deutschland ist auch, wenn wir an die FSK denken, das Thema Schnitte, also wenn wir Sachen schneiden, die fehlen, die entschärft werden und so weiter und wie du schon gesagt hast, nehmen wir als Beispiel mal den Film Tanz der Teufel, der auf dem Index war, dann konntest du, ich weiß noch, ich habe den auf dem Schulhof getauscht von Kollegen, die zehnmal den auf eine Videokassette überspielt haben und so weiter, heute ist der FSK 16 und läuft auf Tele 5 am Abend ungeschnitten im Fernsehen, also so hat sich die Zeit verändert. Das ist an dieser Zeit, wenn man es so wie du seziert, dann stellt man fest, wie sich die Gesellschaft in Deutschland benehmen, benimmt, benommen hat, um Gottes Willen, ja benommen hat oder wie diese Gesellschaft sich verändert hat und wie das ist. Du kannst heute tatsächlich mit den Filmen, mit der Bewertung der Filme, mit dem Ansehen der Filme heute, kannst du feststellen, wie sich diese Gesellschaft und welcher Laune, in welcher Offenheit oder Verklemmtheit als sie sich befindet. Ich muss natürlich, es gab keinen Talk mit dir geben, ohne dass ich mit dir über den Tatort sprechen muss und auch da, du hast ja schon gemerkt in unserem Gespräch, ich bin ja durchaus ein bisschen in der Nostalgie verhaftet, obwohl ich Jahrgang 78 bin und viele Tatorte in der Erstausstrahlung und nicht gesehen habe. Liebe ich aber heute immer noch einen Haferkampf, ich liebe einen Trimmel, ich liebe einen Krasin, natürlich auch einen Schimanski. Warum kann ich aber mit den heutigen Tatorten so wenig anfangen? Weil du heute eine Überbevölkerung in Anführungsstrichen an Tatorten hast. Tatort war früher eine Ausnahme, einmal im Monat. Wenn es dann zweimal kam, war das schon viel. Heute hast du jeden Sonntag, bis auf die Pause im Sommer, bis auf die Pause im Winter, hast du jeden einen Tatort und da verklemmen sich natürlich viele dran. Ich habe jetzt den Schweizer gesehen am letzten Sonntag, wo ich wieder sagte, um Gottes Willen, Leute, müsst ihr denn mit der Schweiz kooperieren? Die kriegen das nicht hin. Und eine Woche vorher habe ich mich über einen Film sehr, sehr, sehr gefreut, der da war. Welcher war das denn? Also geht schon los. Nein, Tatort sehe ich gerne. Ich sehe seit Beginn des Tatorts alle Tatorte, aber ich speichere sie mir nicht und das kann ich nicht. Aber es kommt noch dazu, dass es einen unglaublichen Zufall gibt, der mich bereichert hat, der mir das Herz offen hat, ich bin mit Götz George befreundet gewesen. Das heißt, ich habe ihn getroffen, ich habe ihn öfters auf Festen getroffen und er hasste Feste, wo die Leute sich fressen am Buffet und wo Leute sich fürchterlich benehmen. Und wir haben uns so ein bisschen angefreundet. Ich bin zu ihm rausgefahren nach Schlachtensee in seiner Villa, habe Interviews gemacht für Rias Berlin, für Tipp-Magazin und für weiß ich was, für wen. Und da haben wir gemerkt, dass wir so eine Antenne füreinander haben und deshalb alleine die Tatorte mit Götz George waren eine Herzensangelegenheit. Und ich selber sehe sehr gerne Tatort, weil ich immer hoffe, dass ich an diesem Sonntag was Besonderes entdecke. Und da gibt es auch Favoriten. Ich bin die Kölner Favorit mit den beiden, Ballauf und Schenk. Ich bin hier in Berlin teilweise Fan gewesen. Die ist jetzt nicht mehr, nicht mehr, die Kollegin Becker. Aber du hast recht, es ist nur das, nein, andersrum, die ARD bedient gerne am Sonntag, weil sie weiß, die Quote, die Quote, die Quote ist irre. Und wenn du an die Münsteraner denkst, an die beiden, die die Quote bis 14 Millionen mal hatten, das ist schon interessant. Und das sagt auch wieder, wenn du das Sonntag siehst, was trauen sie sich, was trauen sie sich nicht. Jetzt habe ich den Eindruck, seit vier, sechs Wochen, es geht langsam wieder in eine öffnende Richtung. Das heißt, die bleiben nicht nur bei gut, böse, die Bösen werden gejagt, sondern die versuchen das auch jetzt in die politische Landschaft mit Einzug einzuringen. Und das ist interessant, das ist oft misslungen, aber es gelingt auch manchmal und das macht Spaß. Also Tatort ist ein Thema, womit du mich immer sonntags reizen kannst. Ja, genau. Ich meine, vielleicht meinen wir sogar denselben. Ich habe auch vor zwei, drei Tatorten, der so ein bisschen an Misery angelegt war an den Hollywood-Filmen. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wer das Ermittlerteam war, wo der Beamte zu Hause also niedergeschlagen wurde und am Bett gefesselt wurde und konnte nicht mehr aufstehen und alle dachten, der wäre im Urlaub oder irgendwie sowas. Genau, da kann ich mich vor ein paar Wochen drehen. Der hat mir auch extrem gut gefallen. Der war gut. Der war Sonntag vor einer Woche. Der war sehr, sehr gut. Da habe ich viel Prügel gekriegt von, ach jetzt, es wäre ich eitel, aber es ist so, ich habe viel Prügel gekriegt von Zuschauern, die gesagt haben, wie kann man denn sowas mit? Der Zuschauer am Sonntag möchte immer das selber haben. Hier sind die beiden Guten, die lieb ich, hier sind die Bösen und die Bösen müssen gejagt und am Schluss überführt werden, verhaftet werden, sie sind jetzt verhaftet und dass das mal sich ändert, weil sich unsere Gesellschaft ja auch ändert. Guck dir doch im Augenblick unsere Gesellschaft an, was wir auf dieser Welt haben, ob das Klima ist, ob das Politik ist in Ukraine, ob das ist, also alles spielt aber mit ein oder die Veränderung von Menschen, dass man jetzt Freiräume gibt, dass man sagt, Mann, Frau, es gibt auch Mann, Frau, es gibt auch Transvestiten, es gibt auch das und die gehören mit zur Gesellschaft und die werden nicht verunglimpft. Das heißt, am Handtaten kannst du oftmals entdecken, dass Leute wagen, sich trauen, was Neues zu probieren und das ist bei denen, die immer nur dasselbe sehen wollen, natürlich überhaupt nicht geliebt. Liegt vielleicht aber ein bisschen dran, weil das Fernsehen natürlich das oftmals aber auch bedient, wenn du dir die ganzen Sokos anguckst, die sind ja so, immer gut, böse, nach 45 Minuten ist alles erledigt, wenn ich dir, gerade im letzten, vorletzten Jahr, habe ich mir ganz alte Derrick-Folgen aus den 70ern angeschaut, wo Horst Tappert noch rennet und schießend durch die Gegend gelaufen ist, was in den 90ern ja nicht ansatzweise mehr der Fall war, wo Folgen auch noch nicht gut ausgegangen sind, sondern mit einem offenen Ende, wo der Böse am Ende die Flucht gelungen ist und war auf einmal unterwegs, wo es grandiose Schauspieler wie Gerd Fröbe, Horst Frank und so weiter gab, die einfach eine Rolle geprägt haben, wo Folgen für sich alleine stehen, von so einer Qualität und das aber, glaube ich, einfach dann irgendwann durch die Masse, ich weiß nicht, ob es an der Masse lag, die es dann irgendwann gab, auf jeden Fall unheimlich an Qualität verloren hat und wie schrecklich öde und langweilig waren dann irgendwann die Krimis der 90er, ob ein Fall für zwei und Derrick und der Alte und so weiter, die alle nur Rate-Krimis waren und es musste immer alles nach Schema F am Ende der 60 Minuten erledigt gewesen sein. Ich muss dazu sagen, ich habe mein Fernsehverhalten total verändert, das heißt, Fernsehen wird jetzt eingeschaltet so ab 19.30, da gibt es hier in Berlin die Abendshow und ab 20 Uhr Tagesthemen, weil ich das ganze Gesülze am Nachmittag, Endstation Liebe oder links und rechts und das will ich alles nicht sehen, das ekelt mich an direkt, aber das ist ja so, es ist auch so, wenn ich sehe, früher war Fernsehen, da wurde angekündigt, da wurde der Film, da wurde, ich liebe Nachspänne, weil ich was nicht mitgekriegt habe in besetzungsmäßig, wenn ich das sehe, wie das heute behandelt wird, das geht runter, 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 ich kann das gar nicht sehen, weil schon wieder der nächste Film läuft, der wird kurz an, die Fernsehkultur ist in Deutschland sehr, sehr, sehr zwiespältig, die Art, wie man uns Fernsehen präsentiert, ist nur darauf ausgesehen, schnell, 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 damit du dran bleibst, die Quote und Geld, Geld, Geld und das ist so eine Scheiße, dass ich sage, ich werde immer mehr den Fernseher weniger einschalten und darauf verzichten und aber abends meine bestimmten Sachen, die ich sehen will, ob das Tatort ist oder Tiere suchen ein Zuhause oder so, das will ich haben, aber ansonsten kommt viel, viel weg, das hat leider zugenommen. Ja, wenn du durch Zufall, keine Ahnung, ob sich das ergeben würde, morgens ein bisschen rumschaltest und würdest das seit 1 Frühstücksfernsehen sehen, erreicht dich dann eine Art Wehmut? Nein, es war 2016 wirklich so weit, dass die Grenze ist, das heißt, die haben mich engagiert 1999 im Dezember, da bin ich hingegangen und hatte immer den gleichen Pullover an und dann sagte der Chef, kannst du nicht mal was anderes anziehen, werde ich nie vergessen und ich habe das gar nicht ernst genommen, ich habe da gesagt, wenn ich die Chance kriege, da aufzutreten, verdiene ich ein bisschen Geld und kann da machen und dann merkte ich aber, dass meine Art, ich habe gesagt, nur wenn ich sagen kann, was ich will, keine Rücksicht nehmen muss auf irgendwas, weil ihr Produzent seid oder weil der Produzent euch angerufen hat und der soll mit dem Film besser umgehen, das haben die akzeptiert und dann habe ich mittwochs diesen, spielen können, diesen Kritiker, der wirklich seine Meinung gesagt hat und da gab es viele böse, schlimme Filme, die ich da, mit, mit, hier, Sylvester Stallone und Mord und Totschlag und so und ich durfte, ich habe immer gesagt, ich möchte diesen Film verreißen und dann habe ich aber da kräftig zugehauen, aber ich war 2016 nach, nach nunmehr 16 Jahren, 17 Jahren so weit, dass ich gesagt habe, das ist jetzt genug und dann haben wir uns hier einig und haben eine Schlusssendung gemacht und ich finde, ja, das ist okay. Okay und am meisten vermisst du Helga? Gibt es Helga noch? Nein, die ist leider, die lebt leider nicht mehr, aber ein Sender, du kommst ins Studio und da ist ein Hund, so ein dicker, schöner Hund, der da mitspielt, mit dem kannst du Spiele machen und das habe ich natürlich manchmal mehr gemacht, als über Filme gesprochen, ich habe mit dem Hund gespielt, habe da rum und dann den Arm genommen und weiß ich was alles, bis die mir gesagt hat, du bist gleich dran, dann habe ich mich schnell umgepolt innerlich, habe mir da einen Film und dann kam wieder Helga, eine Sendung, eine Serie, wo ein Tier mitspielt, hat bei mir gewonnen und wenn ich sogar dieses Tier anfassen darf und mit dem schmusen darf oder mit dem spielen darf, dann ist das, was drumherum läuft. Fällt dir mal vor, es hätte die Frühstücksfernsehen Katze gegeben, das war ja der Worte gewesen. Ach, aber die haut ja ab, die haut leider ab, die bleibt nicht. Noch aus dem Moderatoren-Team, gibt es da noch Kontakte? Nein, die sind leider, das bedauere ich leider sehr, das hat sich beruhigt, weil ich ja parallel, ich habe bis zu fünf Arbeitgeber gehabt, bei dem einen Deutschlandradio Kultur, muss die Kultur anständig sein, muss das schön nett aussehen, bei dem einen Sat.1 war ich der Kasper, der aber richtig, aber ehrlich richtig zur Schnauze hatte, dann war ich Radio Gong in München, die wollten auch den Kasper haben, die wollten den Mund haben und dann war ich im Rias Berlin, wo ich wieder die Kulturlandschaft hervorgeholt habe, ich will sagen, ich habe es tatsächlich geschafft, wie so ein Clown, verschiedene Rollen zu spielen, aber so, dass ich Leute gemerkt habe, das ist ehrlich, das ist jetzt nicht gemacht, nur weil ich es will, weil ich meine, ich bin komisch, muss ich komisch sein, nein, 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 ich war komisch, wenn es sich anbot und ich war wütend, gerade wütend, wenn es sich anbot, hier, wenn die Stallones Filme kamen, Rambo und Rocky und dann habe ich aber auch genau das gemacht, und offensichtlich war die Quote so gut, dass die dann gesagt haben, dann mach mal weiter. Ich muss, ich komme gar nicht drum herum, zumindest noch mal kurz fragen, ab 69, du hast es gerade schon erwähnt, warst du, bist du beim Rias ein- und ausgegangen, was war das für ein Gefühl, in diesen heiligen Hallen arbeiten zu dürfen? Ja, es war schön, es war, der Rias suchte für seinen Jugendfunk einen Filmkritiker, im Rias war Friedrich Luft zu Hause, der war der Kulturpapst, der würde auch nie berührt werden, der immer sonntags Viertelstunde, 11.45 Uhr bis 12 Uhr seine Kritik abließ und die sagten aber, im Jugendfunk möchten die das mal haben, von Leuten, die mit Filmprofessionellen nichts zu tun haben, die keine Kritiker sind, aber die Filminteressiert sind und da habe ich mich angestellt und habe mich immer aufgeregt, dass Leute über Filme gesprochen haben, gut gesprochen haben, schlecht gesprochen haben, die ganz anders waren und dann haben die irgendwann gesagt, du machst das jetzt jeden Mittwoch oder jeden Donnerstag und dann habe ich das jeden Mittwoch, jeden Donnerstag gemacht, bei mir kommt eins dazu, Frank, ich bin ein verdammt disziplinierter Mensch, wenn du mir jetzt einen Auftrag geben würdest, wo du sagen, du dann und dann und dann, kannst du dir, wenn ich ja sage, kannst du dich doch verlassen, dass das kommt, denn dass das genau so kommt und das kann ich und das konnten viele Kolleginnen und Kollegen nicht, die haben einmal gemacht, haben mir gedacht, das ist jetzt gut oder vielleicht mache ich es nochmal und ich habe dann immer jeden Mittwoch mich gemeldet oder am Dienstag mich gemeldet, ich würde gerne, ja, okay, gut, ja, wir haben sie notiert und so fing das 1969 an als Jugendkritiker im Rias Jugendfunk. Was ich mich frage, hast du Streamingdienste abonniert oder wie stehst du zu Netflix und Co.? Frank, ich bin technisch, das hast du vielleicht schon ein bisschen mitgekriegt, ungefähr das Dämmlichste, was es auf dieser Welt gibt. Das heißt, hinter mir ist mein Freund und mein Kollege Mario Müller, der bei mir die Technik installiert, macht und tut und ich gehe amok, wenn ich weiß, dass irgendein Knopf wieder nicht und ich habe nicht begriffen, welcher Knopf. Ich kann technisch nichts, wirklich nichts. Ich habe einmal versucht, zu Hause in meiner Wohnung, kleiner Gag, Wäsche zu waschen und da ist mir die Waschmaschine hinterher gelaufen, weil ich irgendwelche Knöpfe falsch gedrückt habe. Ich kann technisch nichts, demzufolge bin ich angewiesen auf Mario Müller zum Beispiel, der mir hilft, der mir die Ruhe gibt, sagt, ich mache dir die Technik und du machst dir den Inhalt. Aber ich bin wirklich, dämlich ist noch nett ausgedrückt, weil ich ja nett bin, aber ganz schlimm. Letzte Frage, gibt es für die nächsten Monate irgendeinen Kino-Film-Highlight, wo du sagst, den muss man gucken, da muss man definitiv rein? Wenn Martin Scorsese einen neuen Film macht, dann ist das ein Muss. Egal, ob er jetzt gut ist oder schlecht ist oder was, aber Martin Scorseses Filme sind Muss-Filme. Und jetzt im Oktober kommt einer, der ist allerdings knapp vier Stunden, das ist egal, das sage ich nicht als Vorwurf, die wieder mit Robert De Niro besetzt und mit wem man besetzt, von dem wir heute schon alle warten und lauern, der hat Cannes eröffnet im Frühjahr und da waren die Kritiken Zwiegespalten, egal wie, egal wie, der kommt im Oktober und der bin ich gespannt, ein Film von Martin Scorsese mit Robert De Niro und so lang und da kann ich mich richtig reintun und den will ich natürlich in einer Pressevorführung sehen, wo ich Ruhe habe, wo ich mich konzentrieren kann, wo ich mich einfühlen kann, wo die Empathie groß ist. Ob er jetzt schlecht ist oder nicht schlecht ist, kann ich mich beruhten, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber auf den können wir uns alle im Oktober freuen, wenn es heißt, ich habe den Titel nicht im Kopf, Moment mal, habe ich hier irgendwo, habe ich doch, ich habe ja hier, ich bin ja, ich bin ja sowas von belesen, ach du liebe Güte, was startet im Oktober, was startet, da startet ein Film zum Beispiel wie Dogman, der handelt davon, habe ich den Trailer gesehen, der handelt davon, dass Tiere offensichtlich die Regentschaft übernehmen, da bin ich doch gespannt, aber wie heißt denn der von Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, Killers of the Flower Moon, schon mal merken und ich denke, ein Scorsese, selbst wenn er nicht gelungen ist, ist immer wichtig, immer interessant, denn der ist auf dem Kultursektor ganz, ganz oben auf der Liste. Ja, ich muss ganz kurz noch mal, falls mir gerade spontan eingefallen ist, was ich dieses Jahr schon im Kino geguckt habe, möchte ich natürlich ganz schnell noch gerne wissen, Indiana Jones, ein würdiges Ende gewesen? Ja, ja, weil ich einen Respekt habe vor, vor, Harrison Ford, Harrison Ford, ich habe einen Respekt vor Harrison Ford und ich finde, wenn du mit 80 da immer noch die Peitsche schwingst und dann so, ja, 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 aber der neueste Film, wenn wir schon über neue Filme sprechen, der ist Fallende Blüten, nee, wie heißt der, Fallende Blätter von, von Akikaus Miki, zieh dir diesen Film an, Akikaus Miki ist einer der Fallende Blätter, Fallende Blätter, ist einer der Regisseure aus Finnland, der so die Kultur und die Unterhaltung vermischt, dass du rauskommst mit einem Glücksgefühl, mit einem zufriedenen Gefühl, dass du rauskommst mit, Gott sei Dank, dass es auch solche Filme gibt, Fallende Blätter, bitte ansehen, seh dir an und dann rufst du mich an und sagst, dass er dir gefallen hat. Das mache ich definitiv. Konntest du mit Barbie und Oppenheimer was anfangen? Ja, mit Oppenheimer, ja, mit Barbie nicht, weil ich habe noch nie in meinem Leben mit Barbie irgendwas zu tun gehabt, habe mir das angesehen, das war ja irre, da war eine Presseverführung, da war das Kino überfüllt, die waren völlig konsterniert, dass so viele Leute ins Kino, aber Oppenheimer, ganz, ganz wichtig, weil der bringt den Geist, die Politik, die Mitteilung, die Information bringt er weiter und Barbie, naja, den sieht man sich natürlich dann halt an, also ich kann damit nichts anfangen. Okay, und ich bin mittlerweile der Meinung, dass die Mission Impossible Filme die besseren James Bond sind, siehst du das genauso? Ja, da ist viel dran, weil man auf die Filme, praktisch, was bei Bond Schluss gemacht wurde, wird hier ergänzt, da geht man noch mehr in das Tempo, aber der letzte mit Tom Cruise hat wohl nicht so funktioniert, da sind sie jetzt am überlegen, ob sie es doch weitermachen oder nicht, aber ich, du hast völlig recht, das sind, es gibt ja einige Filme, wo man sagt, das ist im Grunde der bessere Bond. Ja, das stimmt und was ich immer noch grandios finde, ist, dass Tom Cruise einfach viel selber macht an Stunts immer noch. Aber lass dich nicht foppen, wie wir verscheißert werden. Du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass der von oben da oben rüber springt und dann auf dem auf dem fahrenden Zug landet, um da reinzugehen und für Ordnung zu sorgen. Das haben sie so toll gemacht und so toll verkauft und uns gesagt, das haben die wirklich, das haben die nicht. keine Versicherung würde mitspielen, dass der von da oben runter springt mit seinem Motorrad auf den Zug da. Gut, aber dann Chapeau, dass wir es nicht mitgekriegt haben im Gegensatz zu Indiana Jones 5, wo man einfach oft das Gefühl hatte, da siehst du Greenscreen. Das ist richtig. Ja, aber wenn er 80 ist, kann ich ihm doch nicht übel nehmen, dass er sagt, das kann ich nicht. Dass er nicht auf dem Zug rumhüpft. Ich mag den, wenn der mit der Peitsche nochmal hantiert, seine Lederjacke anhat und ich mag ihn und Harrison Ford hat bei mir einen Freund. Und bevor wir jetzt hier am Ende sind, möchte ich natürlich gerne noch einen Tipp preisgeben, denn der gute Mann hinter dir, du hast ihn gerade schon erwähnt, ist der Mario und der hat auch einen eigenen Podcast. Erzähl doch mal kurz was drüber. Ja, ich bin hauptsächlich Eismann und rede in meinem Podcast, der heißt Tohuwa Podcast, über das, was ich so als Soft-Eis-Verkäufer erlebe und bin jetzt auch schon seit vielen Jahren, fast schon Jahrzehnten mit Pöni am Rödeln, dass wir hier auch mal was Vernünftiges abliefern und habe auch mit Pöni vor nicht allzu langer Zeit eine Folge aufgenommen, wo ich mich in seine Wohnstube eingeladen habe. Also wenn man ein bisschen zurückgeht, das kommt alle 14 Tage raus, ist also eine der letzten Folgen Tohuwa Podcast. Ich rede mit mir selber, ich bin mein eigener Techniker, ein Österreicher, mit dem ich quasi spreche, einfach aus Personalmangel, habe ich mir diese Notlösung ausgedacht und unterhalte mich mit mir im österreichischen Dialekt. Also das ist ein Laber-Podcast, ganz klassisch, eine Stunde alle 14 Tage. Tohuwa Podcast, wie Tohuwa Bohu, nur halt mit Podcast hinten dran und wir versuchen immer was Lustiges zusammenzukriegen. Wenn ich das mit Pöni machen darf, dann wird es auch auf jeden Fall immer mal lustig. Ja, gerne mal reinhören, alle 14 Tage sonntags. Sehr gerne und wir verlinken das auch hier unten nochmal auf YouTube in der Infobox. Gerne da nochmal reinschauen und nicht vergessen www.pönak.de Da jede Woche der Blog und wir erfahren jeden Sonntag wieder, ob der Tatort ein guter war oder nicht, denn auf Pöni kann man sich verlassen. Ein tolles Schlusswort. Du magst Harrison Ford. Ich mag, wie offen und ehrlich du über Filme sprichst und es war mir ein Fest, dieses Gespräch mit dir führen zu dürfen. Vielen, vielen Dank. Ich danke für die Einladung. So, genug Quatscht für heute. Denn nun geht es aus dem Retro-Kosmos wieder zurück in die Gegenwart. Aber die Fernsehschatztruhe kehrt zurück. Selbe Stelle, selbe Welle. Die Fernsehschatztruhe. Zu hören auf allen gängigen Podcast-Portalen wie Amazon Music, Audio Now, Spotify und Apple Music. Alle Folgen immer griffbereit auf unserem YouTube-Channel und auf unserer Homepage www.fernsehschatztruhe.de Bis bald. Von Hintertupfingen bis Winzenluhe Jeder hört die Fernsehschatztruhe Die Fernsehschatztruhe. Von Erich und wie man es nicht mehr die Fernsehschatztruhe. Die Fernsehschatztruhe zu租ieren bis Herz.